Jede Region hat ihre eigenen Geschichten, ihre Spezialitäten und ihre Geheimnisse. Genau da suchen wir als Besucher und vor allem das, was nicht für jedermann ersichtlich ist und sogar die Einheimischen nicht wirklich kennen. So das sind genügend Inweisen. Jetzt tauchen wir rein in die geheimnisvollen Tiefen des Baselbietes. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.